Hallo, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen, schönen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist natürlich der Rewano. Ja, hallo. Ich bin bereit zu töten. Ich meine, umzauern. Genau, und ich musste mal schnell noch den King of the Ring auswählen. Ich hatte noch die ganze Zeit einen falschen Ring. Und dann würde ich sagen, drück mal gleich mal Vierecke. Drück mal Vierecke, drück mal Vierecke, drück mal Vierecke. Jo, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oh, jetzt hab ich den. Nee, gar nicht mehr. Der ist, äh, deine. Der ist, äh, fertig schon. Den hab ich auch nicht. Der ist fertig schon. Ah. Der ist fertig schon. Oh. Hab ich auch nicht. Ja, okay, ich hab einen. Hab ich auch nicht. Oh Gott, das kann ja jetzt dauern, ne? Bis den ganzen Sachen, bis man hier durch ist. Hab ich nicht. Ähm. Hab ich auch nicht. Ja, ja, jetzt fängt das an. Was ist das denn für einer? Jo, den hab ich. Alles klar. Ich hab auch einen. Mhm. Moment. Ich hab einen, ich hab einen. Ich hab vergessen, dass ich ja mitschreiben muss. Hm. Ba, 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 da, 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 da. Okay, dann würde ich sagen, drück mal X, drei, zwei, eins, zeig mal. Ach du Scheiße. Ich hab auch, ich seh grad 81, alter, der ist aber richtig tief unten. Und dann bam, bam, Bigelow. Oh, 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 liebe Freunde, das wird nicht einfach für mich. Bam, 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 Bigelow. Der war cool, ey. Ich hab den damals gern geguckt, irgendwie ab und zu mal. Doch, der hatte was. Mit seinem Headbutt vom obersten Ringseil. Das war schon, äh, lustig, ja. Mit seiner Masse, die er da geschleppt hat. Ach, wir sind Handlanger jetzt, ne? Level 8 und du bist auch ein Handlanger. Cool. So. Haha, Handlanger. Ding, ding, ding. Hm. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen hier. Oh, okay, ich kann dich schon mal nicht packen. Du bist körperlich stärker. Okay. Scheiße. Aber geil, geiles Kostüm hat der an. Gefällt mir. Deiner? Hm, deiner. Aber es sieht gut aus. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen hier. Hm. Schönes Ding, schönes Ding. Und er haut gleich ab her. So gefällt mir das. Na komm, na komm. Bam, bam, oh, oh. Hörst du auf? Ja, bam, bam, kommt an. Bam, direkt mal hier einen ordentlichen, verpasst hier. Ha. Direkt erstmal einen gelatscht hier. Ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Ach, ich hab gerade die Downloads bei mir ansonsten. Hm, also meine sind aus. Ich wollte euch noch was gucken. Und zwar, ich sehe schon, dass ich guck mal, ich hab nur dreimal blocken, diese komische weiße Anzeige da. Also meine ist schon echt. Aber du hast auch nur drei, okay. Huh. Sind wir beide so minderwertige Stars? Okay, ich kann nicht rausspringen. Ah, der Onkel muss das mal wieder mit dem Tisch spielen. Na klar. Na komm rein. Ich halb, ich halb den so lange fest für dich. Hm. Na, bewegt deinen Hintern. Muss denn? Bewegt deinen Hintern. Trau dich. Töööö. Warum nicht? Ich bin ein gepanscht mit dem Tisch. Oh, jetzt kommt er auch noch mit dem Stuhl an. Eine kleine Gangster. Oh, komm, ey. Ja. Oh, fuck. Ja. Ja. Das ist so schön. Was haben wir denn da jetzt gemacht? Keine Ahnung. Dong. Schönes Geräte. Schönes Ding. Ja. Geil. So, jetzt will ich, ich will deinen scheiß, deinen dicken Kopf, will ich, ähm, da stand gerade irgendwas. Verkleinern? Wie verkleinern? Verkeilen. So, ja, das wollte ich ja machen. Oh, er haut ab. Er haut ab, der Bam Bam. Hat keinen Bock mehr. Boah, ich kann aber wo du nicht rein. Ja, sei jetzt. Ah, ja. Oder verkeilen, genau so. Das hab ich ja gesagt. Ah, schön. Hö, du bist rausgekommen, obwohl ich verkeilt hab. Ich hab dich verkeilt, Junge. Da darfst du nicht einfach rauskommen. Ich hab dich verkeilt. Jetzt geh weg. Ah, warte, ich muss dir mal ganz kurz. Oh, ja. Oh, das tut gut. Boah. Das war geil. Auf den Stuhl. So, jetzt nochmal. Bing. Oh, er kommt raus. Schön. Boah. Geil. Wieder drauf. Jetzt kriegst du erstmal. Also, du bist schon eh gleichgeschwächt. Das findest du schon sehr gut. Meine Fresse, dieser Trickswixer. Aber ich will... Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, du und dein Vater bleibst du bewusstlos. Man könnte jetzt halt doch mal ab von den Seilen. Soll ich dir da reinkommen, Junge? So, danke. Und BAM! Bam, bam, Bigelow. Erstmal schön weggelohnt. So. Ach, gelöse. Jetzt muss ich dich erstmal verkeilen. Komm mal rein jetzt. Meine Fresse, das steht immer an den Seilen. Ich hab Lust. Ach, scheiße. Es ist doch logisch, dass ich nicht reinkomme. Das ist vollkommen logisch. Ich dachte, ich springe auf dir. Naja, gut. Auf dich. Auf dich, ja. Auf dir, erst mal. Was machst du denn für Geräusche? So, jetzt muss ich erstmal die kleinen Dickerchen hier heute ein bisschen vermatchen hier. Oh, schön, dass du aufstehst. Oh, jetzt krieg ich's wieder auf die Rübe, ja? Hast du gedacht, ja? Hat er gedacht, ich krieg ja... Hat er echt gedacht, der verhaut mich hier. Ich glaube nicht. Weil du hier dir wieder zutraust hier. So, einmal gegen den Ringpfosten, bitte. Dong. So, jetzt muss ich dich ein bisschen quälen. Aua. So was macht man nicht. Mh. Das ist so tierisch da auf den Sack gerade. Tja, ich bin halt nicht mehr dieses, diese easigen kleinen Computer, die man immer besiegen kann. Mh, was wollte ich denn sagen? Keine Ahnung. War eine Lüge. Der Finisher! Bam! Schön! Ach, einfach mal so aus Spaß, um dich ein bisschen zu schwächen. Macht da nix, ob das jetzt draußen war. So, geh mal wieder rein, mein Freund. Kalok. Ich cover mal aus Spaß. Hab dich ja ordentlich vermatcht. Auf den Tisch direkt. Okay, bist also noch fit. Nee. So, einmal bitte auf den, auf den, äh, Tisch bitte. Nee, das war eigentlich nicht, wollte ich eigentlich so nach hinten klatschen, so, dass du voll mit dem Kopf auf den Tisch, ja, so genau. Okay, okay, du bist jetzt gerade da drauf, dann machen wir mal einen Move hier. Ja, schön, schönes Treib. Aber warum hast du nämlich jetzt so eine Kontrolle, das ist ja Wahnsinn. Schönes Ding, ja, muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht. Ähm, wollten wir noch irgendwas mit dem, äh, mit dem, mit der Leiter machen? Ja, der Bäm-Bäm, ich hab den Bäm-Bäm schon ein bisschen gerade so, sag ich mal, unter Kontrolle, genau. So, jetzt machen wir mal was. Ich stell das mal jetzt hier hin. Genau. Jetzt geh ich mal hier hoch. Das haben wir so auch noch nicht gemacht. Kann ich nicht da hoch? Komme ich da hoch? X, oder? Nein, mit der Hohelette rein. Meie, der Fresse. Oh, ich muss mich kurz ein bisschen ausruhen. Mit hochheben? Hm. Ah, ja. So. Hoch. Kann aber nichts machen jetzt da oben. Na, dann gehen wir da runter. Und, ah, jetzt... Wow! Nein! Was war das denn? Das war jetzt auch Murks. Ich hab gerade noch in der Aufsicht gesprungen. Dich! Und dann hat er nix, hat er nix drüber. Ich bin aufsicht gesprungen. Aber du hast einfach gekriegt. Ja, du hast dir gesagt. Das war, das war wie so ein Tote zu mir. Komm, nimm doch mal die Leiter. Ach, Mann. Es ist so sinnlos. Oh, oh, oh. Sonst macht er mal Dropkicks. Jetzt lässt er sich immer mal verschwarten, oder so? Ah, du dreckiges Stück. Geh auf. Er wirft die Leiter weg. Oh, Mann. Er wollte sich ganz gepflegt instellen. Und jetzt haut er daneben. Geil. Oh, Mann. Hm. Oh, das macht mir aber auch ein Übelzwisch-Schaden, muss ich sagen. So, komm mal wieder rein, hab ich gesagt. Oh, scheiße. Schön, schönes Ding, ey. Von dem Bam Bam Bigelow. Hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Stress. Jetzt muss ich echt mal ein bisschen gucken, ja. Oh, da müsste doch der, 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 der Rücken kaputt sein. Nach so einem... Oh, oh. Oh, scheiße, ey. Jetzt kriege ich aber echt auf die Fresse hier. Was macht der denn? Wie geil ist das denn? Ja, der wollte nochmal zeigen, wie, wie beweglich der ist, ne? Oh, Mann, ey, was ist denn da jetzt los? Oh, tot. Voll auf die, auf die Leiter. So, mein Freund, ich muss jetzt einfach nur mal wieder zu Bewusstsein kommen. Dann geht's mir auch schon wieder ein bisschen besser. Mhm. Aber der Typ ist einfach voll fertig mit der Welt. So, hätte man so eingekratzt ist wie zum Beispiel ich. Ja, ja, ja. Dann guckst du nochmal auf. Ey, ich weiß nicht, also ist ein bisschen merkwürdig. Ha, geht doch. Ja, das wollte ich. Das wollte ich. Und nix anderes. Schön. Ja. Was war das denn jetzt? Aber egal, ich hab gewonnen. Ich wollte, ich hab das, also ich wollte eigentlich nur kontern und dann macht der Sohn kontern mit dem Pin. Wie geil ist das denn? Oh, also jetzt am Anfang, am Anfang ging's mir so gut, ja, dann hab ich auf einmal, hab ich gedacht, scheiße, jetzt bin ich am Arsch. Aber da bin ich ja nochmal gut rausgekommen aus der Nummer. Schon, naja, eigentlich war's ein nicht so tolles Match, muss ich sagen. Ach, geht schon. War alles dabei, Leitersprung, der ins Nix geführt hat. Ja, du bist dran, nicht? Du darfst beenden. Ja, so, jetzt sind wir gleich gesinnt. 14 hast du raus, 14 hab ich raus. Wahnsinn. Da würdest du sagen, sehen wir uns dann morgen wieder beim nächsten Match und wir wollen mal schauen, ob ich jetzt dann besser. Und ja, bis denn. Ciao. 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 Ciao.